Lilo, kleines Update. Nicht, dass ihr Angst habt, ich bin verschwunden. Das habe ich in ein paar Tagen kein Video gemacht. Ich habe mir den meiner Meinung nach Testseger unserer kleinen Videoserie mal als Hauptbetriebssystem kurzfristig eingerichtet. Nicht, dass jetzt wieder einer schreit, bist du jetzt endgültig umgestiegen? Ich bin dieses Jahr mindestens fünfmal schon umgestiegen. Ich hatte schon Linux Mint. Ich hatte schon Debian 7. Ich hatte Ubuntu 13.04, was auch immer noch auf der Platte ist. Ich habe Ubuntu 13.10, ich habe so ziemlich alles. Body Linux habe ich wieder runtergeschmissen, kommt auch aus Amerika, die Paketquellen. Genauso wie OpenSUSE gefällt mir momentan nicht so, was die Amerikaner so treiben. Deshalb ist es wieder runter. Gut, aber eigentlicher Grund dieses Videos. Es wird so langsam Zeit. Was ist mit unserem Ubuntu Phone? Ubuntu Phone, das schlägt zwar alle Rekorde. Dieser Community getriebene Support, beziehungsweise wir wollen ja das Ubuntu Phone. Damit das funktioniert, müssen 32 Millionen Dollar zusammenkommen. Wir haben aber erst 10 Millionen. Und zum Zeitpunkt dieses Videos sind es nur fünf Tage noch. Und das sieht jetzt schlecht aus. Germany ist hier auf Platz 3. War auch schon mal auf Platz 2. Und es gibt hier, deshalb mein Hinweis, es gibt hier eine Message von Mark Shuttleworth, den Founder von Ubuntu, der da nochmal aufruft. Man hat jetzt auch den Preis gesenkt. Diejenigen, die sich schon eine Vorbestellung gesichert haben, können im Nachhinein auch zu diesem Preis das kriegen. Da muss man nur sagen, nee, ich habe jetzt 775 Dollar bezahlt. Ich möchte es dann doch lieber zu dem Preis. Also das geht. Es gibt dann auch so eine Enterprise Starter Kit, wo man 10 Stück kriegen kann. Vielleicht für Firmen interessant. Dann gibt es Bloomberg hat für 80.000 Dollar sich 115 gesichert. Da hat man nochmal 15 draufgelegt. Und da wäre es doch ganz schön, wer jetzt mal ein Phone haben will, wo vielleicht nicht so viel Prism drin ist, das können auch für Regierungen mal ganz interessant sein, die genug Geld im Säckel haben, fehlen uns jetzt knapp noch 19 Millionen Dollar ungefähr, die könnten sich doch mal einen ganzen Sack voll sichern, um mal ein Phone zu bekommen. Das ist dann ein Phone, das so ein bisschen prismfreier ist, zumindest leichter zu konfigurieren und wo man auch mal ein bisschen Einfluss drauf hat. Wo man natürlich auch Android drauf ausführen kann oder Ubuntu, weil das parallel installiert ist. Das kann man sich hier alles schön durchlesen. Deshalb nochmal der Aufruf. Und der Herr Mark Shuttleworth hat gesagt, mach doch mal und poste doch mal und twitter doch mal. Das mache ich jetzt reichlich, weil nur noch wenig Zeit ist. Wäre schade. Wir haben zwar alle Rekorde gebrochen. Dieses Community, wie auch immer, gepowerte Projekt. So viel Geld ist noch nie zusammengekommen in so kurzer Zeit. Aber die 32 Mille, die haben wir noch nicht. Gut, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn einer der zuschauenden Milliardäre sich nicht ein neues Boot kauft. Oder vielleicht mal den Sack voll Ubuntu vorwurzeln. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Von meinem freundlichen Grüßchen und Tschüss.